Ja, moin Leute, was geht da? Ich bin's, Playwreck. Wir kommen zu einem nächsten Let's Play von uns. Nein, Joke. Jo, es... Okay. Es lag. Toll, jetzt genau, wenn ich aufnehme, lagts. Naja, egal, wir haben zu tun. Ähm, ich hab bis zum Berserker noch gemacht, paar Sachen abgeschlachtet, paar Monster. Auf jeden Fall sind wir hier noch kein Level ab. Aber kurz davon noch 4400 EP. Und ich hab noch bisschen Runenfertigung gemacht. Das dingt dazu, um Runen zu machen, um Magie zu trainieren. Ja, zwei Level ist sprickelnd, aber... Ah, ja. Auf jeden Fall hab ich mir noch... Ja... Das war's. Aufnahme tot. Habe ich mir noch ein Band aus Götter Schwert geholt. Ist ein mächtiges Schwert. Und es lag immer noch. Wieso lagts, Alter? Ich hab doch... Digga, verpiss dich. Ist doch alles unten. Ja... Und ich weiß nicht, wie wir hier reinkommen. Auf jeden Fall... Hab ich noch ein bisschen trainiert und so. Dann hab ich so eine Hinweisschriftrolle bekommen. Das ist so Schatzsuche-mäßig. Wenn wir die fertig machen, kommt am Ende eine coole Belohnung. Und ich wollte die dich einfach machen. Ey... Moment... Ich muss... Hier... Cheaten hier... Nicht... Ich bin... Hier... Wir müssen... Da... Nach... Oh... Und... Ja... Das wollte ich mal mitmachen, damit du auch mal was seht. Ich... Anstatt ganze Zeit hier... Man sieht auch was von der Landschaft. Falls es nicht zu hart lag. Ja... Ich würde jetzt gerne wissen, wie ich hier reinkomme. Ja... Ah... Ach... Hier wurde alles neu gemacht. Ey... Das ist... Kürze... Wieso drück ich als auf die 1... Okay... Ähm... Da ich die stark... Ein Moment... Die Schacht-Suche läuft eigentlich als Koordinaten mit einem Sextarm. Halt je nachdem wo die Sonne steht und so ne... Da... Horizontal und so... Bis wir hinlatschen, aber weil es immer zu lange dauert, weil es sowieso niemand macht. Mach ich's auch nicht. Deswegen... Müssen wir... Hier... Abzweigung... Dann... Nach rechts. Hier ist Abzweigung. Da wo die... Rot spinnt. Ja... Fail. So... Jetzt sind sie Kram. Nix. Oh mein Gott. Ohne... Ohne... Alter... Ohne... Alter... Magie. Fernkaufschutz. Ey... Nix vergiften. Mach lieber Magie. Jetzt spezieller Angriff. Ja spezieller Angriff macht eigentlich viel Schaden, aber... Ich bin grad so verweilt. So... So jetzt nochmal graben. Du hast eine Hinweiskiste gefunden. Du hast eine weitere... Hinweis... Du hast eine weitere... Du hast eine weitere... Hinweis... Ich muss essen. Ich kratze hier mal auf. Du hast doch jetzt abschutzt. Weit und breit das billigste Wasser, aber sie werden schnell böse, denn... Sie sind religiöse Symbole. Hasser. Ähm... Let's... Cheat. Weit... Ja, alter Leute. Müsst ihr jetzt umkommen. Im Kart war kein Schwein da. Weit und breit das Wort zu... Banditenlager. Damit kommen wir mit nem Duellring hin. Zu... Alcari Duell Arena. Episches Teleportzonen und so ne. Und ich kratze weiter ab. Wir müssen schnell zur Bank anti... Gift dran holen. Lauf, Schlampe, Lauf. Ich weiß... Ich glaub es... Ich weiß, warum es lag. Weil... Nein. Ich weiß es doch nicht. Egal. Ich hab bald Internet 16.000. Die Typen haben ich heute angerufen. Haben es bestätigt. Neu, ich hab's Klasse. Ähm, ja. Ich hab Darkniss... Sech... Äh, Folge 17 Final und... Die Überraschungsfolge hochgeladen. Plus Runescape. Und... Alles hat bei 91% aufgehört. Was mich total anwidert. Okay. Anti... Gengift. 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 Habe ich hier noch Gengift? Okay Leute, wir... Äh, schuldig. Ich muss gehen. Ein... Ah, Gengift. Plus. Trink. Oh, das Gengift nehme ich jetzt mit. Und weiter geht's. Ja, äh, und wir haben es jetzt bestätigt. Dann... Schauen wir mal. Und ich wird langsam... Ich hab schon geguckt. Ich hab ein PC gesehen für 900. Episch. Ähm... Sieht ganz schön gut aus, ein Gamer. Also für meine... Äh, Verhältnisse halt gesagt. Für die Leistung, die ich brauche, sieht's gut aus. Einmal das. Einmal das. Einmal Waffe weg. Also ich hab die Waffe weggenommen, nicht damit wir durch können, sondern damit wir mit dem Teppichflinke. Da sind... Da reisen. Ich möchte... Äh... B. 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 Ja. Ist klar. Äh, damit wir reisen können, die rechte Hand muss immer frei sein, als die Schilder gehen, aber... Angriffswerträger nicht. Keine Ahnung. Äh... Das ist die Jungs-League-Community. Hier kann man alles sehen. Alles. Da braucht man kein Abenteuer, 20 Jahre zu machen. Da guckst du einfach und fertig. Ja, ich hab ja... Ein paar von Vertrags zu reingeguckt. Und... Ich muss schon sagen, so ganz schön dumm. Ich hab mich ständig wiederholt mit. Hä, ich hab so viel aggressives Geschirr. Ich hab's mir vorher nicht angeguckt. Ich hab halt als aufgenommen hochklarm. Aufgenommen hochklarm. Hier und... Jetzt ist... Loll, mein Ohrring ist hier. Ist abgefallen. Ich kann Ohrringe abfallen, ey. Nein, ich bin nicht schuldig. So... So... Alles, was mit Göttern zu tun hat. Weg. Weil sonst greifen die mich an. Die Banditen hassen Göttersachen. Aber ich zeig's euch. Zum Beispiel, ich hab grad keine Götterklamotten an. Ich hab... Ich hab... Nix dran. Aber ich werd... Ich glaub eh... Er greifen eh, weil sie aggressiv sind. Und wenn nicht, ist es auch gut. Ähm... Ein Vibe wartet grad auf mich. Achso. Hier. Weil... Da zum Beispiel... Samurai... Kircher Abschaum. Und so ne. Holzkontainer. Da. Und weiter. Zeigen sie Panik beim Piloten auf dem weißen Wolfsgebirge. Und vor sich vor Doppelagenten tragen sie mit drei Plattenbeinlinge einen Ring des Lebens und eine Rumit-Axt. Ich weiß, wo das Wolfsgebirge ist. Ich zeig euch aber jetzt trotzdem. Bandos ist ein Gott. Da greif mich jetzt an. Oder auch nicht. Hä? Die... Ah, ich weiß es jetzt. Die stehen nur auf Sarah Domi und Samurai nicht. So, wir müssen zurück zu... Markthalle. Wir müssen uns hier Rüst zum holen. Mit Trieb was? Komm, sagt schon Leute. Platten, Plattenbeinlinge oder Plattenpanzer. Okay, hier wird zügig verschwind. So was von hängen. Nee, das tut mir jetzt schon. Ähm, Plattenbeinlinge. Hey. Oh Gott. Ey, immer wenn wir nicht aufnehmen. Ein Ring des Lebens. Oh, jetzt geht's los. Seht ihr das? Das lag übelst. Das lag sogar wenn ich nicht aufnehme. Ich weiß nicht warum. Ach so. So. Ein Ring des Lebens. Ich hatte doch mal ein Ring des Lebens. Da ein Ring des Lebens. Eine Ronita-Axt habe ich auch. Nur das gammele Gerüstzeug habe ich nicht, weil... Ah, ich brauche keine. Okay. Ich werde überall... Okay, ihr hört schon, ich werde überall angeschrieben, ne? Ich mache ein bisschen schnell. Weil ich wollte gar nicht aufnehmen. Da sieht es. Ich wollte ehrlich nicht auf... Oh Mann, verkauf mir doch mal den Scheiß. Jetzt muss ich 10.000 drücken. Ja, los! Gott, ich brauche doch nur eins. Gott. So. Ich ziehe das erst an den Stabeln. Wolange müssen wir denn? Ähm, wir müssen nach Valator, Valator aus der Stadt. Das wüsst ihr ja schon. Und Seki aus dem Lack. Lack. Totus Lack. Okay, wir müssen zum Volk. Wolfsgebirge. Es lag immer noch. Ey, Leute, ich glaub's einfach nicht. Was ist das überhaupt? Farodor Magnetik. Ich weiß nicht gar nichts, was los ist, ey. Das ist... Dem die ganze Engine geändert. Das ist nervig. Es lag übel. Aber langsam glaube ich nicht, dass es auf meiner Internetverbindung liegt, sondern... wegen dem ganzen Scheiß, der im Hintergrund läuft. Nein, will ich nicht. Oh, fünf neue Titel. Oh, die haben sich ja auch geändert. Ich seh's schon. Ja, und wie komm ich zum Wolfsgebirge? Ich steh' mir schon voll Idioten, ey. Es lag... Ich weiß nicht. Es lag... Ich weiß nicht. Es lag... Ich weiß nicht. junger Weißwolf. Ich weiß nicht. Besonderes. Ja, ich weiß nicht. Die wird mit dem Wolfsgebirge hindern. Ich würde den Wolfsgebirge hindern. Ich würde den Wolfsgebirge hängen. ich hab schon ich guck mich durch okay das ist ich hab doch ok ok das war nicht mehr ging es geschützt das ist mir relativ egal da muss ich eigentlich früh muss nur vom zweiten Gang aus Betten wurde eh geändert wenn ich muss Bett nicht muss gleich hier runter da muss ich so doch so worüber so auf jeden Fall brauche ich was muss ich denn machen dort zeigen sie Panik das ist der große den Augen schützen sein zu stark komisch macht sich mit der Axt zu Panik zeigen Gesten Lachen, Herr Winken, Tanzen Ähm Das Wollt Panik Hab ich doch an? Da, komm her Ist dort nur zu lange Boah, er gibt nur einfach mit der Hand Übel Spitzelmuth Läufe Ja, man kann mit den Dingern hier kämpfen Bis sie nur noch ein paar Leben haben, dann schnell wechseln, damit die dann nicht nochmal Panikaktion Ja, ja, halt die Fresse Nix damit Party hüten Ich weiß, was ist Aber um sich zu gehen Gucken wir nochmal Das ist Nein, 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 nein Da Seegemühle wusste ich doch Ich sagte ja, ja, lau, 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 lau Nein, ich wusste es Okay, jetzt würde ich gerne mal die Rüstung wieder anziehen So, und Kommen wir zu Seegemühle Oh, ich muss zum Markt Hallo Nichts, ja, was soll's Ja, es gibt bestimmt noch andere Methoden, irgendwo hinzukommen, aber Ich sag mal Ich bin so ein Oldtimer, ne? Ich muss auf meiner Oldtimer-Art Okay, es lag wie dumm und dämlich Das Härte ist noch, das ist ein Browser-Game Nix zum Downloaden, hatte ich glaube ich schon erwähnt Und ich werde nachher beide Folgen höchstenscheinlich hochladen Wie lange nehme ich nach? Nein, ich glaube, das werden Mehr als eine Folge Komm mal weg Okay, Leute, ähm, die warten die ganze Zeit Ich kann hier einfach nicht abbrechen Ihr werdet jetzt bestimmt sagen, wieso hetzt du denn so Wieso, wenn du keine Zeit hast, wieso nimmst du auf? Ich hab's ja schon gesagt, warum Erst hat mich niemand angeschrieben Die ganze Zeit hat jeder die Fresse gehalten Und jetzt, wenn ich grad aufnehme, will ich aufhören mal jeder ein Kind von mir Das ist auch ne schwere Clou, das heißt wir müssen in die Wildnis, da wo PvP herrscht Und wenn das wirklich so ist, dann erst in der nächsten Aufnahme, weil da müssen wir uns konzentrieren Und das macht schickswahrscheinlich auch ohne Aufnahme, weil es laggt Die können wir one hit geben und ich bin tot Okay, Koordinaten, das sieht scheiße aus, das könnte die Wildnis sein 1750 Nord stimmt 8 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 9 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 Dort habe ich meine 3 Millionen geholt und einmal sogar 6 Oh Gott Ähm, ja Leute, ich gehe hier raus Dann mache ich kurz Aufnahme, Stopp Es lag so dumm Erstens, zweitens So ein Mädchen braucht Hilfe Dieses andere mag mich jetzt nicht mehr, weil ich hier nicht mehr antworte Let's Play Ich gehe mir ganz schön viele Probleme Ähm, One Scale werden, ja, wie ihr schon seht, immer 20 Minuten laufen Ich glaube eigentlich nicht immer nach 20 Minuten aufzunehmen, sondern lieber so 2-3 Stunden spielen und dann Aber ich glaube so 20 Minuten Dinger sind schon gut, ne Immer so auf dem neuesten Stand Apropos neuesten Stand Ich betrug mich ja, warum wir nichts mehr haben Toller Stand Okay, wir müssen einmal nach da her So, wir reisen einmal mit dem Schiff Nachher war lecker Sooo Und Ich glaube ich nehme direkt weiter auf Aber jetzt höre ich kurz auf Wir sehen uns genau an der Stelle wieder gleich Ich antworte mal kurz denen und dann Bis nachher, tschüss tschüss So 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 So